Leute, wir hacken heute hier in Captain Flag. Wir gehen auf lokale Server, machen Fliegen an. Und man muss hier halt aus den Gegnerhäusern Wolle holen. Ich füge da jetzt mal einfach rüber. Wir hacken ja aber jetzt so ein bisschen. So. So, hier schnell rein. Hier nur orange Wolle rausholen. Und dann gleich wieder hochfliegen. Der Typ, der will mich gleich abschlachten. Schafft er aber nicht. Tschüss, Leute. Hier sagt man Tschüss, ne? Tut mir leid, dass ich jetzt hackle. Aber ich möchte gewinnen. Nein, die Wolle ist zurückgebackt. Oh nein. Och nee. Ich würde es einfach am besten gleich beide wollen. So, dann hier. Hier, ich nehme gleich mal ein bisschen mehr Wolle mit. Nicht, dass wieder eine zurückbackt. Ey, lasst mich raus, ihr scheiß Spinnnetze. Das fuckt so ab mit denen. So. 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 Ich gucke gerade nebenbei noch irgendwie. Deswegen rede ich gerade ein bisschen wenig. Tut mir leid, ich rede jetzt wieder mehr. Und ich fliege mal hoch. Tschüss, Leute. Ihr habt euch leider verloren, da ich beide Wolle jetzt. Ich muss es nach Hause bringen. Ähm, so. Schwarze Wolle, orange Wolle und Red gewann das Spiel. Ich bin addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. 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 Vielen Dank.